Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit dem Titel Journal einer Serien aus 1873 in New Orleans. Ehrlich gesagt, ich habe länger mit meiner Frau Anke darüber gesprochen, ob ich diese Geschichte überhaupt erzählen soll. Denn die klingt ehrlich gesagt wie ein Märchen aus den Büchern von Gebrüder Grimm. Ich war eher dagegen, aber die Anke war eindeutig dafür. Und wie das oft so ist, hat die Anke wieder mal gewonnen. Also hier die Geschichte. Wir tauchen heute in eine, ich sage jetzt mal mysteriöse und faszinierende Erzählung ein, die ihren Ursprung in den Aufzeichnungen einer Frau aus dem Jahre 1873 hat. Dieses Journal oder Tagebuch oder auch Notizbuch, das in einer Dachbodenentrümpelung entdeckt wurde, enthält nicht nur spannende Einblicke in das Leben einer Serien und Heilerin aus New Orleans, sondern birgt auch die Geheimnisse, die bis heute ungelöst sind. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, am Ende des Videos zeige ich euch das Buch Blick in die Zukunft, das in der Geschichte eine besondere Rolle spielt. Außerdem werde ich in den nächsten Wochen meine Bücher von Blick in die Zukunft einschweißen, damit sie dann für die Nachwelt erhalten bleiben. Das werde ich in einem Video festhalten oder vielleicht sogar live übertragen. Aber jetzt geht's los mit dem Video. In Alois Irlmeyer, die letzten Tage, entdeckst du die faszinierenden Prophezeiungen eines Mannes, der das Weltgeschehen bis ins Detail voraussagte. Tauche ein in eine spannende Erzählung, die dich bis zur letzten Seite fesseln wird. Journal einer Serien aus dem Jahre 1873 in New Orleans. Heute erzähle ich euch eine Geschichte, die sich im Mai, könnte aber auch Juni gewesen sein, 1997 zugetragen hat. Es war ein Nachmittag, als ich einen Anruf von meinem Freund Raul erhalten habe. Raul betrieb damals einen kleinen Antiquitätenladen, der nicht besonders gut lief. Nebenher verdiente er sich etwas Geld mit Wohnungs- und Dachbodenentrümmlungen, um den Laden zu halten und sein Hobby, sage ich jetzt mal, nachzugehen. Dieses Mal war es eine Stadtwohnung in München, die er nach einem Todesfall geräumt hatte. Und wie er mir am Telefon erzählte, hätte er mehrere Schätze gefunden. Im ersten Augenblick klang für mich das nicht gerade sonderlich spannend, denn für Raul war alles, was älter wie 25 Jahre war, irgendwie immer ein Schatz. Und auf dem Dachboden bedeutet das, dass jedes zweite Objekt als Schatz bezeichnet wurde vom Raul. Er merkte schnell, dass mich seine Aussage nicht gerade begeisterte. Doch dann sagte er diesen gewissen Satz, den ich ehrlich gesagt nicht mehr hören konnte und der mir absolut auf die Nerven ging. Setz dich mal hin. Das war so der typische Spruch bei ihm. Aber dann kam die Überraschung. Ich habe dein Buch gefunden, Blick in die Zukunft, erste Auflage und das in Top-Qualität. Das war für mich damals der absolute Hammer, wo er das gesagt hat. Ich hatte das Buch schon in meiner Sammlung, aber in einem erbärmlichen Zustand. Das waren mir Fetzen weh. Ja, es ist auch kein Buch, das seht ihr selber später. Das ist mehr wie so eine kleine Broschüre. Aber wie gesagt, es hat es in sich. Wenn Raul jedoch sagte, dass ein Buch in Top-Zustand sei, dann war es das auch. Obwohl sein Laden nicht besonders erfolgreich war, besaß er eine Menge Erfahrung. Viele Ladenbesitzer, die finanziell besser dastanden, hatten oft nicht mal die Hälfte seines Wissens. Und ich weiß das, weil ich mit vielen Leuten in Kontakt kam. Also fragte ich dann, was mich der Spaß kosten würde, denn Blick in die Zukunft fiel nicht gerade von den Bäumen und hatte bereits damals unter Sammlern einen enormen Wert. Der Raul antwortete nur, dazu kommen wir später. Ich habe von Schätzen gesprochen, nicht nur von einem Schatz. So, jetzt muss ich dazu sagen, da bin ich dann wirklich neugierig geworden. Was konnte für mich wertvoller sein damals, als das Buch, das ich schon seit Jahren suchte, in einem Top-Zustand. Raul lachte damals und sagte zu mir, schwing deinen Arsch ins Auto und komm in meinen Laden. Das musst du sehen. Da ich sowieso mein neues Buch Blick in die Zukunft abholen wollte, machte ich mich natürlich sofort auf den Weg. So, um die 20 Minuten später stand ich beim Raul sein Laden. So, was ist jetzt ein größerer Schatz als das Buch Blick in die Zukunft, fragte ich ihn, als ich in den Laden reinkam. Raul grinste mich damals bloß blöd von der Seite an und hat dann auf den Verkaufstresen gedeutet, auf denen ein Buch lag, das mit einem weißen Tuch umhüllt war. Wie immer hat der Raul seine weißen Handschuhe getragen zum Schutz seiner Gegenstände. Die benutze ich auch, wenn ich das Buch zum Beispiel Blick in die Zukunft von der Erstauflage anlange. Ist eigentlich klar. Mit einer gewissen Dramatik hat er dann das Tuch entfernt und darunter lag ein großes, ja, dickes, fettes Buch mit der Aufschrift Journal. Und ich konnte ehrlich gesagt damals mit dem Titel Journal überhaupt nichts anfangen. Doch dann hat der Raul die erste Seite vom Buch aufgeschlagen und dann ist mir sofort klar gewesen, worum es hier überhaupt ging. Das Buch war nämlich in Englisch geschrieben und das Datum war auf der ersten Seite ganz groß standen und war 1873. Das war natürlich absolut interessant, aber der Raul war so euphorisch und das konnte ich überhaupt gar nicht nachvollziehen, was mit dem Kerl eigentlich losgegangen ist. Ein Buch aus dem Jahre 1873 ist zweifellos etwas Besonderes. Aber wie ein HB-Männchen im Laden herumzuspringen, das fand ich dann doch ein bisschen arg übertrieben. Also habe ich dann zu ihm gesagt, jetzt beruhig dich mal bitte, was soll das Ganze, das ist ein englischer Schinken, so interessant kann ja der auch nicht sein. Und dann ging es los. Raul meinte, er habe erst ein paar Seiten gelesen und musste sogar einen langen Scheitduden zur Hilfe nehmen, weil ihm einige Worte absolut unbekannt waren. und das, obwohl der Raul perfekt Englisch spricht, weil er mit einer Amerikanerin verheiratet ist. Aber trotzdem hat er gesagt, hier sind Wörter drin, die hat er noch nie gehört, im Englischen. Es handelt sich um das Tagebuch mit einer Notizabteilung einer Frau namens Ma Brigitte. Leider kann man den Vornamen nur die ersten beiden Buchstaben klar erkennen. M-A und drei weitere Buchstaben, die praktisch nach diesem Ma, Margot oder sonst irgendwas heißt. Also M-A sieht man und drei weitere Buchstaben danach, da ist ein Kaffeefleck oder vielleicht auch von der Zigarette her, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall verdreckt gewesen. Man kann also nur Ma Brigitte lesen oder Brigitte lesen. Es steht drin, dass sie ebenfalls einen kleinen Laden in New Orleans in Amerika hat. Wie das Buch überhaupt nach Deutschland kommen ist, speziell nach München, haben wir keine Ahnung. Wir haben dann versucht zu recherchieren, kamen aber bei nirgendwo raus, weil eben der beziehungsweise diejenige gestorben ist, die ja in der Wohnung in München gelebt hat. Aber gut, weiter geht's. Weiter ging aus dem Buch hervor, dass sie täglich mindestens einen Eintrag gemacht hatte, manchmal aber auch zwei oder drei. Sie muss wohl so etwas wie eine Serien oder Hellserien gewesen sein. Schon auf der dritten Seite ging es nämlich los mit einer Sitzung, bei der sie mit einem Toten gesprochen hatte. Sie schrieb in ihrem Tagebuch über Ritualarbeit, Hexenberatung, Readings und auch Wahrsagungen. Im hinteren Bereich, und jetzt wird's interessant, im hinteren Bereich des Buches fanden sich hunderte von Sprüchen in einer Sprache, die wir nicht entziffern konnten. Das machte das Ganze natürlich noch viel mysteriöser. Ich komme aber dazu später nochmal. Also ich habe dann den Raul gefragt, was er für das Buch haben wolle. Und dann hat der Raul das Lachen angefangen und sagt, du, wir sind zwar Freunde, aber hier bewegen wir uns in einem Bereich, der jenseits von deinem oder meinem Budget liegt. Ich muss jetzt natürlich sagen, ich konnte nicht böse sein, denn ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was so ein Buch wirklich wert sein könnte oder was es wert war. Aber ich muss auch zugeben, ich war schon etwas stinkig, dass er so abwertend war. Aber der Raul hat es dann auch bemerkt und hat mir dann ein Angebot gemacht. Ich kopiere dir das Buch und gebe dir es komplett als Kopie. Damit war ich dann voll zufrieden und da er mir dann noch das Buch Blick in die Zukunft für nur 500 Mark verkauft hatte, was also wirklich ein absolutes Schnäppchen war. In Sammelkreisen ist das Ding tausende von Euros mittlerweile wert. Also in dem Zustand halt. Nach etwa ungefähr 14 Tagen kam der Raul bei mir vorbei und brachte mir das Buch und ich habe dann nur zu ihm gesagt gehabt, ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Raul hatte dann nicht nur das eine Buch als gebundene Ausgabe mir mitgebracht, sondern hat auch die Übersetzung von einem Fachmann anfertigen lassen und hat es ebenfalls für mich binden lassen. Also richtig nett von ihm gewesen. Er erklärte mir auch dann, ich habe vier Übersetzer aufgesucht und sogar an der Uni in München nachgefragt, aber den hinteren Teil des Buches, also da wo angeblich Notizen standen, konnte niemand einordnen die Sprache, geschweige den übersetzen. Er ist dann sogar so weit gegangen, dass er mit dem Buch in eine Kirche gegangen ist und den Pfarrer aufgesucht hat. Ob der Pfarrer es eventuell lesen könnte, hätte ja durchaus vielleicht hebräisch oder sonst irgendwas sein können, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Pfarrer das Buch angeschaut, so hat der Raul das gesagt und hätte ihn sofort der Tür verwiesen. Das war damals total unheimlich, sage ich euch. Und selbst jetzt, es sind fast 30 Jahre her, bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie das damals abgelaufen ist. Ich habe dann den Raul noch auf ein Bier eingeladen und wir hatten noch einen schönen Abend soweit, das weiß ich noch. Gut, können auch ein paar Bier mehr gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß eins, es war so 23 Uhr, wo ich nach Hause gekommen bin, weil ich noch mal mit den Hunden ausgegangen bin und dann habe ich mir gesagt, jetzt liest du mal die Errungenschaft noch ein bisschen genauer durch und das eine oder andere ein bisschen studieren. Es war also wirklich hochinteressant, was da drin steht. Ich werde in den nächsten Tagen vielleicht ein Video darüber machen, wenn es euch interessiert, was in diesen Einträgen so drin stand. Es geht im Hauptbereich darum, dass sie Geister gesehen hat und das auch eindeutig erklärt, das ist richtig gut eigentlich, aber eben auch blanke Hellseherei, Zukunftsvoraussagen oder jemanden auf dem Gesicht hinweg gesagt hat, wie seine Vergangenheit ausgeschaut hat und natürlich auch seine Zukunft, die kommen wird. Ich hoffe, die kleine Anekdote aus meinem Leben ist jetzt auch schon ein bisschen her, 97 ist nicht gerade frisch, hat euch ein bisschen gefallen. Ihr könnt mir in den Kommentaren reinschreiben, ob es euch interessiert, ob ich ein paar von diesen Einträgen in einem Video zusammenfassen soll oder ob es euch eben nicht gefällt. Wie auch immer. Und jetzt kommen noch ein paar Einblicke aus der ersten Ausgabe von Blick in der Zukunft aus 1950 vom Dr. Konrad Adelmeier, damit ihr praktisch wisst, um was es also ging, wo ich mich so gefreut habe, wo mich damals der Raul angerufen hat. Es ist ja eigentlich kein Buch, sondern eher ein Büchlein und der eine oder andere wird sagen, du spinnst wohl, dass du so viel Geld ausgibst. Nur für jemand, der ein Sammler ist, gerade in dem Bereich Alois Irlmeier oder eben auch alles, was mit Paranormalen zu tun hat, ja, der schaut halt da nicht so unbedingt auf den Preis und das sind heute bei Sammlern zigtausend Euro wert. So, jetzt das, was ihr hier seht, ist die Originalausgabe von Blick in die Zukunft, die Berichte von Müllhirsel und die Voraussagungen oder Vorausschauungen von Alois Ellmeier. Auf der zweiten Seite sieht man den kompletten Einband. Das hier und das hier habe ich weggemacht, weil die ehemalige Besitzerin da praktisch einen Stempel hinterlassen hat. So, was noch interessant ist, ist vielleicht dieses Foto auch vom Alois Ellmeier. Die hat angeblich der Adelmeier selbst aufgenommen. So, eine letzte Seite zeige ich euch noch. Hoppla. So, und wie man sieht, es ist also extrem klein geschrieben worden. nicht nur, dass das Büchlein klein ist, sondern die Schrift ist noch viel, viel kleiner. Aus diesem Grund kann ich, zumindest in meinem Alter, das so nicht mehr lesen. Dafür benutze ich dann folgendes, das ist eine riesen Leselupe und die macht dann selbst für einen halbblinden Dattel wie mir dann noch die Schriftgröße einigermaßen, so dass man sie eben gut lesen kann. Wie ich schon vorhin gesagt habe, werde ich in den nächsten Tagen, am schlimmsten Fall Wochen, je nachdem, bevor es richtig feucht wird, will ich alle Ausgaben, die ich habe, praktisch einschweißen und für die Nachwelt sozusagen aufbewahren. So, eigentlich gehört das gar nicht mehr zu dem Ganzen. Ich wollte euch nur gerade was zeigen, was ich noch gefunden habe beim Aufräumen und Einräumen des Buches Blick in die Zukunft. Und zwar habe ich hier einen Zeitungsausschnitt. Ich hoffe, man kann ihn ein bisschen erkennen. Und zwar ist es ein Zeitungsausschnitt vom 2. April 1948. Und darum ging es der Prophet aus dem Walde. Das ist also rund um den Müllhersel. Wer war der Müllhersel? Die erste Zeit und natürlich der große oder das große Abräumen. Und dann haben wir noch den großen Krieg. Das Ganze wurde gebracht von den bayerischen Nachrichten oder niederbayerischen Nachrichten. Das nur mal kurz so. Normalerweise zeige ich solche Sachen überhaupt nicht. Aber dieses Mal habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich direkt auf diesen Zeitungsabschnitt gestoßen bin. Und wer jetzt denkt, dass bei mir diese Zeitungsausschnitte so ausschauen, der irrt. Bei mir ist alles sehr, sehr sauber und akribisch eingeheftet beziehungsweise auch versiegelt. Diesen Zeitungsabschnitt habe ich aber jetzt gefunden, der war in einem anderen älteren Buch drin gelegen und den muss anscheinend derjenige, von dem ich das Buch gekauft habe, hinterlegt haben in diesem Buch. So, das war es eigentlich jetzt soweit. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt, einfach rein in die Kommentare und ansonsten bedanke ich Suchen wir Wahrheit in dieser Ewigkeit Geheimnisse, tiefer Kram in der Erde Irrmeiers Worte, mehr als nur Legende Vorzeichen am Himmel, klar und rein Futurismus deckt auf, was verborgen sein In der Stille der Nacht erwachen Gedanken Zukunftsbilder, die durch die Zeiten schwanken Verlorene Wahrheiten von Futurismus gefunden Die Botschaft in der Vergangenheit neu verbunden